The Streets will never forget Markus' Magic Aigner. Wenn sie dir als Biefke in Österreich den Spitznamen Magic geben, dann muss da etwas ganz Besonderes sein. Und das war er auch, der Bayer kam 1998 von Regensburg nach Klagenfurt und war in diesem Jahrtausend der beste Fußballer in Österreich, der nie Bundesliga gespielt hat. Ein genialer Mittelfeldspieler, aber schwieriger Charakter. Seine Vereine, FC Kärnten, Unterseebenbrunn, St. Pölten, Leoben, Austria-Mateure, Würmler, FAC, Baumgarten, Rennweg, Wiesen, Straßhof, Wiener Neudorf und Karabag. 205 Zweitligaspiele, 55 Tore, 31 Assists und in der Wiener Stadthalle eine Legende. Einfach magisch. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie legendär war Magic Aigner? Zuerst mal danke für diesen Vortrag, das war wirklich sehr schön. Ich würde Magic Aigner 82 geben. Bitte haust mich nicht, aber wer? Nein, Magic Aigner sagt mir schon was, aber ich würde ihm eine 62 geben. Du kennst Magic Aigner gar nicht, gell? Ich kenne Magic Hanno, kann ja auch so zaubern wie er oder ich weiß nicht. Magic Aigner war ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich kenne ihn von der 1. Aigner durch eure Erzählungen, ich habe das gute Stück auch schneiden dürfen. Von daher ist die 62 glaube ich schon gerechtfertigt. Ja Wahnsinn, Magic Aigner, was ist deine Wertung? Ja, bei mir ist er auch ganz weit oben, ich hätte ihm auch so was 81 gegeben. Zwarakonferenz, Episode 85, gehen wir es an. Geht's? Und ich schau da rein. Achso. Ah, okay. Muss auch da rein. Ich schau an Liga 2. Auf Laula 1. Ich schau an Liga 2. Ich kenn mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an. Endlich wieder Liga 2, endlich wieder Zwarakonferenz, wir schreiben Episode 85 und starten in eine neue Ära, denn Patrick Stettner macht aus einem Duo ein Trio, vielleicht werden ihn schon ein paar kennen, von der Arzakonferenz. Servus Patrick, willkommen in der Zwarakonferenz-Familie, obwohl du warst das ja eh schon. Servus Patrick. Servus, hallo, danke vielmals. Ja, ich war eh schon ein paar Mal für kleine Nebenauftritte schon bei der Zwarakonferenz dabei. Unter anderem, wo ich dem Richie seine tolle Blau-Weiß-Lins-Aufstiegs-Geschichte geschrieben von Chachi, wie die ich vorgelesen habe, das war, glaube ich, so mein Magic-Moment. Das war, meine Tochter hat gesagt, sie kennt dich. Oh? Oh? Wirklich? Ja. Und ich hoffe jetzt von der Zwarakonferenz. Ja. Das hoffe ich auch. Okay. Deine Tochter ist sieben Jahre. Oder sechs. Sechs oder sieben? Noch sechs. Okay. Alles klar. Aber sie wird in diesem Jahr. Du hast deine Tochter? Wurscht. Gehen wir gleich voll rein, ich würde nämlich sagen, der Drops ist gelutscht, die Messe ist gelesen, die Kuh ist gemolken, der GRK steigt auf, oder? Nein, das ist jetzt so ein netter Take, also ich will einfach nur… Ich dachte, das Take muss ein Zürich und ein Zürich. Okay. Nein. Es ist schon ein Wahnsinn. 3-2-1 jetzt gegen Amstetten gewonnen, war jetzt schon auch so ein bisschen zu erwarten. Naja, Amstetten wirklich starke Vorarbeitung gespielt. Ja. Und sich gut verstärkt, guter Kalle. Ich glaube, die greifen noch einmal an. Ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte damit spekuliert, dass die vielleicht tatsächlich ein X holen gehen kann. Wenn es eine Punkteteilung geben würde in der zweiten Liga, dann würde ich dem SQ Ertl-Gas Amstetten noch Chancen zurechnen. So wird es, glaube ich, ein bisschen schwer. Vielleicht müssen wir aber generell unsere Zwara-Konferenz-Community ein bisschen abholen. Wir werden die Zwara-Konferenz jetzt auch ein bisschen anders umstrukturieren. Wir sind jetzt weg von diesem alten Muster, wie wir es in den letzten Jahren gehabt haben. Wir haben das jetzt eigentlich spiegelverkehrt zur Answer-Konferenz, setzen wir das Ganze auf bzw. Copy-Paste-Struktur, dass es immer von uns jeweils einen Take oder einen Fact gibt. Und zum Schluss, andererseits natürlich gibt es noch den Quoten-Fokus und auch ein Special zum Abschluss. Klar werden natürlich auch immer wieder User-Fragen integriert oder Inputs, aber ich würde sagen, wir fangen mit den Takes an und da darf ich übernehmen. 13 Siege in 16 Runden, 11 Punkte Vorsprung und das alles nach dem Dornbirntrauma. Dieser Verein war eins klinisch tot, wurde von den Fans reanimiert und steht nun vor dem größten Comeback der österreichischen Fußballgeschichte. Die Rückkehr der Rotjacken ist ein kleiner Lichtfunker in der ach so dunklen Kommerzwelt des Fußballs. Nur noch ein paar Monate. Dann gibt es die endgültige Wiederaufstehung, aber ich will der Erste sein. Herzlich Willkommen zurück in der Bundesliga, GRK. Hast du einen Lappen mit? Das trifft vor Pathos, den müssen wir da unten irgendwo... Ist ein Wahnsinn, ich habe keinen mit, aber es überrascht mich nicht, dass das der erste Take ist. Ja, aber ganz ehrlich, es ist ja ein Elfpunkt jetzt da vorne. Die Ried hat sich jetzt ein bisschen selbst auch rausgenommen mit dieser Niederlage gegen den FAC. Ich glaube, das ist schon ein extremer Dämpfer gewesen zum Jahresauftakt da im Innenviertel. Und der GRK einfach souverän. Ich weiß nicht, wer dem GRK noch stoppen könnte. Sie sind zu gut aufgestellt in der Breite. Ich meine, denkst darüber nach, wenn sie jetzt alles geholt haben im Winter. Murat Schatin, der sitzt da auf der Ersatzbank. Lichtenberger verletzt. Daniel Materner wieder zurück, sitzt da einmal auf der Ersatzbank. Jastremski, der hat generell noch eine Rechnung offen vom letzten Jahr. Jastremski hat sofort funktioniert. Auf einmal spielt Eloschvili die Zehn. Alles funktioniert. Jastremski vor allem, als er aber nie weg gewesen wäre. Also ich habe jetzt auch nicht das ganze Match gesehen, aber einen größeren Teil. Und ich habe das Gefühl gehabt, er war ja den ganzen Herbst eben schon da. Also das war so, als er aber nie weg gewesen wäre. Für mich natürlich die Verpflichtung mit Schatin ist Wahnsinn. Ich meine, er ist dann auch erst eingewechselt in der 85. Minute. Da haben sie noch viel Qualität. Ich sehe es eh auch so, dass der GRK aufsteigen wird. Aber es ist noch ein bisschen zu früh, um ihn jetzt schon zu gratulieren. Es könnte noch spannend werden, sage ich dir. Noch ist die Messe nicht gelesen. Ich glaube schon, dass der Drops gelutscht ist, Harald. Nein. Aber ganz ehrlich, mir fehlt momentan ein bisschen die Fantasie. Ich meine, wir kommen dann natürlich zu deinem Take auch noch. Das konterkariert das Ganze ein bisschen. Aber trotzdem glaube ich, dass der GRK, also die sind einfach mental so stark. Und das hätte ich mir einfach nie vorgestellt zu Beginn der Saison. Gerade nach dieser Partie gegen Dornbeam, wo dieser Verein eigentlich wirklich wieder am Boden gelangt ist. Du warst so knapp dran. Endlich wieder die Rückkehr in die Pelletage des österreichischen Fußballs. Und dann wirst du im Grunde, du trittst dich selbst mit dem Fuß wieder runter in den Boden, in die Pfütze. Und dass die dann so zurückkommen, ich hätte nie gedacht. Chapeau. Mega. Nein, vor allem, sie sind von den Rückschlägen in dieser Saison wirklich stark zurückgekommen jedes Mal. Das muss man dann schon auch zu gut halten. Ja, mal schauen. Es ist allen GRK-Fans zu wünschen, dass sie noch keine Torschlusspanik bekommen. 11 Punkte Vorsprung. Also ich habe es mir jetzt leider nicht angeschaut, ob es das jemals schon gegeben hat, dass ein Liga 2 Verein 11 Punkte Vorsprung in diesem Stadion der Saison nochmal hergegeben hat. Wie viel hat der Lusser noch vor zwei Jahren Vorsprung zum FAC? Was waren das? Sieben oder acht Punkte, glaube ich. Sieben oder acht Punkte. Und dann ist es ja doch noch spannend geworden. Eine legendäre 2er Konferenz, wo wir dann eigentlich auch Austria Lusser noch schon zum Aufstieg gratuliert haben. Aber im Grunde ist es ja dann auch passiert. Und dann gab es das Schneckenrennen. Genau. Nein, das Schneckenrennen war letztes Jahr blau-weiß. Ach so. Genau. Aber Austria Lusser noch vier Runden später hat, ich glaube, dass Lusser noch vier Partien nichts gewonnen hat. Und dann hat der FAC Lusser noch geholt. Der GRK muss jetzt nach Dornbirn. Ja, das ist eine Überraschung sein. Von dem her kann alles passieren. Er rennt an, zurück von dem her. Keine Ahnung. Aber ich habe schon zu Beginn der Saison gesagt, dass der GRK aufsteigen wird. Ich bleibe dabei. Der GRK steigt auf. Es ist jetzt kein Hot-Take, aber der GRK ist reif für die Bundesliga. Und jetzt bist du reif für deinen Take. Jetzt bin ich reif für meinen Take. Und mein Take ist, nach dem 2 zu 0 in Ried bin ich mir sicher, wenn ein Team dem GRK noch gefährlich werden kann, dann ist es der FAC. Die Freutzdorfer sind längst ein Spitzendeam der Liga und haben aus den drei Spielen gegen den GRK und der SV Ried in dieser Saison sieben Punkte geholt, sind also ungeschlagen. Der FAC bringt alles mit, um, wenn der GRK schwächelt, im Titelkampf noch ein Wörtchen mitreden zu können. Defensiv stabil, vorne immer für ein Tor gut. Bei Standards wären stark offensiv wie defensiv und mannschaftliche Geschlossenheit. Und noch ein Punkt würde ich aufführen, Mitya Möritz. Mitya Möritz, die Konstante auf der Trainerbank der Floridstorfer, jetzt schon seit drei Jahren, glaube ich, hat er damals übernommen. Frühjahr 2021 hat er übernommen. Also von dem her, für mich ja überraschend, dass der noch nicht in der Bundesliga irgendwo angedockt hat. Ja, er hat keine große Lobbynösterreich offenbar. Noch nicht. Also ich meine, bemerkenswert finde ich auch, dass er Enka Murra, sein Heimatfeiern, im Winter abgesagt hat. Er hat dem Kollegen von Liga Portal ein Interview gegeben, wo er das auch erklärt hat, dass er im Grunde seinen Weg jetzt in Österreich weitergehen möchte. Und ich verstehe das auch. Er hat sich da jetzt schon auch etwas aufgebaut, auch wenn vielleicht die Lobby nach oben noch ein bisschen fehlt. Aber wer jetzt nicht als Bundesligist Mitya Möritz am Zettel hat, wenn es um potenzielle Nachfolger von Trainern geht, dann haben sie die Kontrolle über ihr Leben verloren. Ja. Vor allem muss ich auch sagen, Möritz hat ja auch schon den FAC, natürlich gemeinsam mit Luki Fischer und mit seinem damaligen Co-Trainer halt eben neu geformt. Ich meine, der FAC war ja eigentlich immer ein Sorgenkind in Richtung Abstieg und seit fast drei Jahren sind die eigentlich immer wieder oben mit dabei und zu einer konstante Leistung. Wobei eben auch, das war der wichtige Punkt, mannschaftliche Geschlossenheit. da ist auf jeden Fall Bubalovic und Bezirovic ganz wichtige Schlüsselfiguren, glaube ich, in der Mannschaft. Ich weiß das ganze Gefüge. So als rechts. Die sind der Kleber für mich einfach. Weil du es angesprochen hast, Alex Gizov. Genau. Wenn irgendwie noch Zweifel bestanden haben, dass Mitya Möritz als Trainer kann, dann hat er sich in dem Herbst ohne Alex Gizov ausgeräumt. Da habe ich mir auch ein paar Gedanken dazu damals gemacht, ob das jetzt da auch so funktioniert. Aber ich glaube, das ist einfach so eine homogene Truppe da beim FAC. Und wie du gesagt hast, es gibt eben diese Eckpfeiler im Verein, aber auch im Team, die einfach schon seit Jahren diesen Floridsdorfer, diesen FAC-Vibe mitnehmen. Und dementsprechend, nein, wirklich beachtlich, wenn man so schaut, wo der FAC vor fünf Jahren war, immer gegen einen Abstieg kämpft. Und immer gefühlt jedes Transferfenster ein komplettes Facelifting. Also die haben ja einen kompletten Kaderumbruch gehabt, alle sechs Monate. Und jetzt erhältst du halt wirklich einen Stamm mittlerweile über einen längeren Zeitraum. Ja, und das ist konstant. Wir haben jetzt die letzten drei Saisonen angeschaut, nach 16 Runden. Das waren 27, 31 und 29 Punkte. Also sie halten dieses Punktelevel konstant. Und wenn der GK nicht so vorne wegmarschiert wäre, jetzt im Herbst, dann wären die ganz heiß drinnen im Titelkampf. Ich bin mir nicht mehr sicher, haben wir nicht zu Beginn der Saison den FAC auch unter die Top 4? Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich hoffe es. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall, ich glaube, ich habe es zumindest forciert. Ich glaube, du warst dagegen. Ja, sicher. Natürlich. Ich bin mir aber wichtig, wie es so war. Das kann schon mal. Ich glaube, das war wirklich so. Nochmal zum Midian Möretz zurück. Ehe, wie du schon gesagt hast, die letzten Jahre, beachtlich, nur zwei Punkte weniger als in dieser angesprochenen Saison, wo es diesen Zweikampf mit der Austria Lusten auch gegeben hat. Und er ist der FAC-Trainer mit dem besten Punkteschnitt in der zweiten Spielklasse in Österreich mit 1,85 in 92 Spielen. Das ist das FAC-Trainer? Das ist echt stark. Er ist insgesamt der Trainer, oder der FAC-Trainer mit dem besten Punkteschnitt. Von dem her, ja. Okay, wenn es jetzt doch... Damian Kanady hat, glaube ich, einen besseren Punkteschnitt gehabt. Damals aber, glaube ich, nur 26 Spiele auf der Trainerbank gesessen, Damian Kanady, und die auch nur, unter Anführungszeichen, in der Ostliga. Also, er ist auf höchster Ebene der erfolgreichste FAC-Trainer aller Zeiten. Ja. Glaube ich. Gerne. Trotzdem, 11 Punkte, das wird sich nicht ausgehen. Wenn der GK schwächelt, wird der FAC da sein. Patrick. Patrick, dein Take? Mein Take, der... Take oder Fact? Ja, es ist für mich mehr ein Fakt. Weil bei mir geht es um den A-La-Effekt beim DSV Leoben. Wir schreiben die ersten drei Spiele unter Rene Poms. Alle drei werden verloren. Und dann kommt die Erfolgsformel. Und zwar Deni A-La. Am 26. September im Cup gegen die WSG schnürt Deni A-La einen Doppelpack. Sie gewinnen 3 zu 1. Und danach ging es nur noch bergauf mit der DSV Leoben. Elf Spiele, acht Siege, drei Remis. In allen war A-La in der Startelf. Er hat 15 Tore erzielt. Und jetzt sind sie nur noch zwei Punkte hinter besagten FAC. Weshalb ich sogar auch glaube, sie könnten auch noch ein Wörtchen mitreden, wenn der GK schwächelt. Es geht im Grunde nur mehr um Platz zwei. Und ich glaube, da ist ein Kampf von drei, vier, fünf Vereinen, die noch um diesen zweiten Platz fighten werden. Aber ich finde es auch beachtlich. Denialer. Auch im Pokal. Ich habe irgendwann einmal in der letzten Woche getwittert, dass er mehr Tore gegen Bundesliga-Teams erzielt hat als Guido Burgstaller, Seko Keuter und Co. Weil er hat im Cup immer getroffen, hat fünf Tore erzielt und wer weiß, wie viele noch dazukommen. Denialer, das ist für mich eines der größten Comebacks des Jahres 2023 und das wird jetzt 2024 fortgesetzt. Ich bin ganz ehrlich. Ich freue mich ziemlich auf dieses Cup-Halbfinale zwischen Leoben und Rapid, weil ich traue dem Denialer wirklich wieder Tore zu gegen einen Bundesligisten und zwar gegen Rapid. Und ich glaube, die würden ihm besonders gut schmecken. Ich glaube auch, Arler gegen Rapid wird ganz heiß werden. Monteslaco, ausverkauft, wenig überraschend. Es wird richtig cool. Man hat es schon gesehen beim Spiel gegen einen GRK, wo natürlich auch viele GRK-Fans waren, aber was für Stimmung da dann erst. Es ist dann schon ein cooles Stadion mit der anderen Gegentribüne, die große Tribüne, das macht schon was. Ich habe mir angeschaut, wann Denialer das letzte Mal ein Tor geschossen hat und das Spiel verloren hat. Es ist 918 Tage her. Zweieinhalb Jahre. Denialer am 15. August 2021 beim 1 zu 3 mit St. Pölten gegen Horn. Elfmeter, glaube ich, war es. Ich glaube nicht. Es wird eine absurde Quote. Alle 67 Minuten am Tor in der Saison. Aber genau das haben wir die letzten Jahre immer gesprochen, wenn es um Denialer gegangen ist. Der braucht das Selbstvertrauen und der ist eben ein Knipser der alten Schule. Wenn der das Selbstvertrauen spürt, wenn der die Unterstützung rundherum um sich spürt, dann funktioniert der auch. Dann funktioniert der nicht nur in der 2. Liga. Ich bin gespannt, was im Sommer passiert. Sagen wir mal, er schießt jetzt noch seine 15 Tore. Okay, es wird nicht zur Europameisterschaft jetzt nicht reichen. Das war ein Wild Guest damals auf Twitter von mir. Aber... Saudi-Arabien geht. Saudi-Arabien geht. MLS vielleicht auch. Nein, aber wieso nicht nochmal in der Bundesliga probieren? Maxi Entrup geht, du wechselst zu Hapberg. Wie 34 ist Denialer jetzt. Ist ja scheißegal. Ja schon, aber... Markus Pink, ganz ehrlich, der ist damals zu Austria-Lagenfurt gewechselt, und jeder glaubt, okay, der wird jetzt noch 2-3 Jahre in der 2. Liga kicken, die Karriere ein bisschen ausgehen lassen, dann schießt der Klagenfurt in die Bundesliga, funktioniert in der Bundesliga, wechselt nach China, casht richtig ab und spielt jetzt beim SV Sandhausen. Ey, das ist ja auch Ronny Waldo funktioniert. Der Schluss, den streichen wir. Ronny Waldo funktioniert ja auch in der Bundesliga. Ja eh, also von dem her... Ich glaube so, dass Denialer, wenn er im Sommer ein Hardberg-Angebot hätte, nach Hardberg gehen würde. Ich glaube, Denialer weiß sehr zu schätzen. Was er aktuell im DSV Leoben hat, und warum nicht der Leoben nächstes Jahr raufschießen. Ja, kann natürlich auch sein, dass das ein Ziel ist von Denialer. Das sehe ich eher. Aber ich glaube trotzdem, dass Denialer im Sommer auch ein Thema für einen etwaigen Bundesliga-Sturmposten wird. Also würdest du ihn zu Eure mitnehmen? Natürlich. Ich würde immer Liga-2... Ich würde Liga-2-Sturme immer bevor... Statt Anatovic oder zusätzlich zu? Zusätzlich zu Anatovic. Okay. Warten wir mal auf, wenn Kalajic eh länger ausfallen sollte, dann wäre ja ein Platz frei. Und jetzt alle auch der selbe Stimme-Typ. Ja, aber ich muss einmal auffüllen. Okay. Du bist natürlich mit Anatovic, Gregoritsch, Kalajic, du bist schon einmal schlecht aufgestellt. Ja. Ich würde es nicht denken. Also es soll jetzt keine seriöse Diskussion darüber werden. Aber ich meine, andererseits, ich habe es jetzt... Wollen wir das? Beim Montag-Space auf Twitter, vom Lugi. Schöne Grüße an den Lugi. Da ist auch darüber gesprochen worden, über den Denialer. Und da ist natürlich auch dieser Quervermeist gemacht worden, damals Roman Kinas. Zweite norwegische Liga. Den hat man auch mitgenommen. Vielleicht ist das der Beste. Mach ein super Euro. War extrem cool Euro für Österreich. Ja, okay. Aber ich glaube, der Roman Kinas hat in diesem Zeitraum, glaube ich, acht Monate kein Tor geschossen. Der Denialer hat da jetzt schon ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Also... Lassen wir es. Das ist ein zu heißes Thema. Ich würde sagen, unsere Takes, unsere Facts sind gelutscht. Der Drops ist gelutscht. Wir machen eine kurze Pause und kommen dann zurück mit dem Quotenfokus. Werbung. Entschuldigung. Gemeinsam mit unserem Sportweltpartner Admiral blicken wir auf das Admiral-Topspiel der 17. Runde in der 2. Liga. Das da lautet Admirer gegen die SV Gunter-Matik Ried. Die Quoten sind wie folgt. Sieg Admirer 3,45, Remi 3,45 und Sieg für die Wikinger 1,95. Beim letzten Duell trennten sich die beiden Teams mit einem 2 zu 2. Ried damals 2 zu 0 im Front. Dann kamen die Admirer noch mal zurück. Was sehen wir am kommenden Sonntag? Ried mit Wut im Bauch höchstwahrscheinlich. Davon kannst du ausgehen. Ich sagte auch, dass wir es am Spielfeld sehen. Und ich bin davon überzeugt, dass Ried in der Südstadt gewinnen wird und mit drei Punkten wieder nach Hause fährt. Ried schon schwer unter Druck. Die haben sich ja gefühlt schon irgendwie nach Chancen ausgerechnet, da jetzt im Frühjahr anzugreifen. Das hat nach diesem doch eher bitteren Ergebnis im Heimspiel gegen den FAC schaut es ein bisschen anders aus. Ich bin sehr gespannt auf Dietmirer. Ich glaube, dass Dietmirer jetzt im Winter schon noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich rechne mit dem Unentschieden. Ich bin gespannt auf die Neuzugänge der Admirer. Allen voran natürlich Salko Mujanovic, gekommen von Dreiskirchen. Der hat in der Ostliege gezeigt, dass er es drauf hat. Mal schauen, ob er es dann auch eine Etappe weiter oben auch kann. Und ein Rückkehrer. Anur El Mucantir ist zurück, war zuletzt in Finnland. Er ist in seiner Entwicklung schwer steckend geblieben bei der Austria wegen der Rückenprobleme. Die haben ihn mir, glaube ich, fast zwei Jahre gekostet. Und dann, als er wieder fit wurde im Herbst, in der Absteckssaison der Young Viral, ist eigentlich schon ganz gut gefallen. Ich glaube, dass der Admirer tatsächlich weiterhelfen wird. War einer der wenigen Routiniers damals auch bei den Young Wireless Austria Wien. Hat er wirklich über zwei, drei, vier Jahre, glaube ich sogar, bei den Young Wireless Austria Wien damals auch gekickt in Liga 2. Anur El Mucantir. Also du tippst auf einen Sieg der Rieder, du auf ein X. Und ich gehe auch mit dem Patrick. Das wird ein 3 zu 1 Sieg des Vorrieders. Werbung Ende. Und gemeinsam mit unserem Sportweltpartner Admiral suchen wir auch in diesem Jahr wieder den Admiral Liga 2 Fan-Kommentator. Wir starten also mit dieser Aktion auch in diesem Jahr. Nähere Infos unter www.lola1.at Da dürft ihr eure Hörproben dann auch abgeben. Einige Liga 2 Spieler haben ihre Hörprobe schon abgegeben. Ich würde gerne bei einen reinhören, denn der war wirklich unfassbar gut. Simon Furtlener vom SV Stripfing. So, der Gatti macht das Spiel schnell auf den Mann. Der treibt wieder an. Hat ein Deventario. Kriegt ihn nochmal. Da geht's durch die Ostrager und ab ins Glück. Herrlicher Treffer. Mo, Mo, Moritz Wels. Da freuen sich die Leute mit ihm. Ja, ein, zwei, drei. Ein Problem mit seiner Frisur und recht neben ihm die Ohren. Da muss er durch. Keine 30 Minuten gespielt. Eins neue unter Stripfinger. Fanbus. Der hat nur einen Packpass gesucht. Hätten sie das gewusst, hätten sie sich in Haugen wahrscheinlich der Sport und lieber das da gesehen. Weil das ist ein Wahnsinn. Wirklich war er durch die Trager. Halt die dir zu. Unwahrscheinlich. Das hast du oder hast du nicht. Und der Bub hat's. Super Zusammenspiel. Und dann ist er drin. Und am Schluss zeigt er uns einen steirischen Urschrei. Habe ich so auch nicht gesehen. Wie stark war das? Wie stark war das? Wirklich stark. Da waren ein paar ausgezeichnete Schmerz dabei. Hätte der vielleicht das Potenzial, dass er mal dich ersetzt? Ja? Und ich spiele einmal Stripfing? Hättest du das Potenzial, als Innenverteidiger in der zweiten Liga zu spielen? Ja, weiß ich nicht. Bei Kopfballduellen tue ich immer schwer. Aber ansonsten, ich bin ja kein Verteidiger. Ich bin ein Zehner. Ja. Mhm. Also die Performance war 10 von 10, aber du als Zehner bei Stripfing sehe ich weniger. Sehe ich auch weniger. Aber wir haben wirklich viele gute Einsendungen bekommen. Du hast ja einige schon durchgehört. Wer sind so deine weiteren Favorites? Wenn du so kurz zurückdeckst. Ich habe einen schon im Kopf, der richtig gut war. Ich finde das Leoben-Trio eigentlich auch ziemlich unterhaltsam. Amor. Amor. War sehr cool. Ich habe mich sehr überrascht auf einmal, dass da drei gleich sitzen und kommentieren. Wer war deiner? Murat Schauting. Ja, Murat Schauting auf Türkisch. Das war auch mal was Neues. Das war richtig cool. Eine seiner letzten Amtshandlungen als Prägenz-Spieler, bevor er dann zum GRK gewechselt ist. Aber der hat auf Türkisch sein Tor gegen die Admira aus dem Herbst kommentiert extrem gut. Also rein von der Tonalität, von der Emotionalität. Ich habe die Augen zugemacht und ich habe es gespürt. Ich habe es gefürt. Wer beschickt das gegen Fenerbahce? Ja, ja, voll. Und dabei war es dann eben Admira gegenseitig. Jetzt geben wir so leichte Vibes von damals mit den... Das ist ein bisschen despektierlich jetzt. Wieso? Dabei war es nur Admira bei uns. Nein, hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich natürlich auch auf Hörproben unserer User. Macht mit auf www.lo1.at. Slash Fancommi. So, jetzt noch eine kurze Pause und dann gehen wir in den Käfig. Kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der... Liga 2. Was? Bitte? Was für Worte kann ich sagen fickrig, ja? Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist... Joa, Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf das, das Österreicher ist. Ach, das ist mir relativ wurscht. Kann nur jede Woche dasselbe sagen. Joa, Liga 2. Ach, das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun. Wir starten heute in der Zwarer Konferenz eine neue Rubrik. Das Ganze nennt sich Gemma Käfig. Und in dieser Rubrik stellen wir ein fiktives Käfig Team zusammen mit einem gewissen Themenschwerpunkt. Und dieser Themenschwerpunkt lautet heute SV Ried All Time. Also präsentiert von mir. SV Ried Gemma Käfig All Time Truppe. Im Tor Hans-Peter Berger. Im Käfig brauchst du einen etwas kleineren Goal, sonst wird dir andauert nämlich ein Gurkerl geschoben. Hans-Peter Berger ist keine 1,80 und zudem stark am Ball ist also gesetzt. In der Verteidigung habe ich einen Kicker gesucht, der keinen Zweikampf schalt. Der ohne Rücksicht auf Verluste auch in Zweikämpfe geht. Und da fällt einem natürlich nur einer ein bei der SV Guter Matigried. Die wandelnde, blutende Turban-Kopfbedeckung. Frankie Schiemer ist also gesetzt bei mir in der Verteidigung. Und im Mittelfeld, da setze ich auf Leader- bzw. Hallenskills. Wiegell Drechsel und Andi Lasnik, die ziehen die Fäden. Die spielen Hollywood bei diesem Käfig-Team, Harald. Und im Sturm, ja, da war natürlich Sanhel Kulic mit seiner Street-Credibility. Der hätte da schon auch gut funktionieren können. Aber es braucht einen, der schnörkellos spielt. Der einfach ein paar Tap-Ins macht und nur den Zug Richtung Tor hat. Und deshalb bei mir im Käfig-Team haben die Salih. So, jetzt gehen wir es an. Bitte. Was sagst du zu dieser Käfig-Truppe? Wir haben viele Einsendungen auch von Usern bekommen. Ja, beim meisten gehe ich mit. Frank Schiemer, sorry, Frank Schiemer hat extrem viele Qualitäten, aber keine, die ihn zu einem guten Käfig-Kicker macht. Außer, dass er ein unfassbar lautes Organ hat. Ja, genau, das braucht man. Ein Metallitätsmonster, ja. Aber dafür hast du H.P. Berger im Tor. Das reicht schon. Also, wenn ich einen hinten reinschneiden muss, dann muss der zumindest eine Spur technisch besser sein, als es Frank Schiemer war. Und ich würde statt Frank Schiemer hinten Stefan Leiner reinstellen, weil erstens mal rennt der wie ein Irrer. Der braucht nicht alleine einen Käfig. Nein, im Käfig brauchst du einen, den musst du siebenmal überspielen. Und Leiner steht immer noch vor dir und außerdem schaltet sich der dann trotzdem noch ein und macht ihm vier Schritte vor, wenn es um einen Zweikampf geht. Kein Mensch will im Käfig gegen Frank Schiemer spielen, denn das tut weh. Oder Stefan Leiner. Das tut sicherlich weh. Und am zweiten hätte ich noch rein reklamiert, Robert Schul ist halt schon ein klassischer Käfig-Kicker. Robert Schul würde ich statt Andi Lassner kinscheln. Ich hätte ja schon ein paar... Weißt du, bevor jetzt du weiterredest, lassen wir den Patrick noch kurz... Also, ich gehe auch d'accord auf jeden Fall mit Hans-Peter Berger, allein wegen seinem Stimmorgan. Sehr sicher auch lauter. Das braucht man. Statt ein Schiemer... Ich habe auch kurz überlegt, dass ich einen Leiner reinpacke, aber ich habe mich dann für Olli Kragel entschieden, weil ich kann mich auch erinnern, der hat einen ordentlichen Wumms gehabt. Und der hätte auf jeden Fall im Käfig das ein oder andere Mal eine richtige Rakete gezündet. Olli Kragel ist einer, den hasst als Goalie im Käfig. Den hasst einfach, ja. Das stimmt. Der zieht auch fünf Meter vorm Tor. Also, Alter, komm, kann man nicht normal spielen. Der ist wichtig, den brauchst du, weil da hat der Goalie Angst. Der schießt sicher spitz. Olli Kragel schießt spitz fünf Meter vorm Tor, komplett Richtung Torhüter. Kopf. Statt ein Drechsel habe ich Annel Hatsitsch, weil das ist so ein richtiger Mentalitätskicker eben auch, der für einen Käfig für mich essentiell wäre. Und statt Lassnig hätte ich mich eher für Marco Grühl entschieden, weil der für mich einfach auch ein bisschen standfester ist. Der Lassnig geht, glaube ich, bei einem Kontakt eher leichter zu Boden als ein Marco Grühl. Das ist mal so ein Kämpfer, ein Beißer. Das ist eh in jedem Spiel. Und ich glaube, den Käfig würde ja auch gut funktionieren. Salih im Sturm gehe ich komplett d'accord. Da hätte ich nichts anderes. Ja, Salih brauchen wir nicht diskutieren. Bei dir fehlt mir ein bisschen die technische Finesse. Letztendlich. Was? Wieso? Also ich finde, Oliver Kragel war jetzt nicht so schlecht mit dem Ball. Ja, okay. Aber Michael Drechsel und Robert Schulz sind schon andere Baustellen als... Ich entscheide mich halt ein bisschen mehr für Mentalität. Aber ich sage, das ist Wiener Käfig, das geht nicht anders. Ganz ehrlich, ich habe ja viel über Stefano Sudanovic nachgedacht. Es gibt wenige Spieler in der Bundesliga, die auf so engem Raum so starke Ballkontrolle haben. Deswegen glaube ich, dass das Stefano auch sehr gut funktioniert hätte. Auch Stefan Nutz, aber ich glaube, der ist ein guter Hallenkicker und weniger im Käfig zu Hause. Und ansonsten oft gefordert Milan Orange von den Twitter-Usern. Auch ein Ewald Brenner oder ein Stefan Lexer. Ja, Lexer, ja. Brenner. Brenner kann ich immer schwer vorstellen. Das passt überhaupt nicht. Hofi hat geschrieben, es wird totgeschwiegen. Aber Glasner gehört rein? Überhaupt nicht, finde ich. Also Glasner rein von der Mentalität. Im Käfig eher weniger. Da ist ein Fremdkörper im Käfig, hätte ich gesagt. Das passt gar nicht rein. Trainer. Schiri. Filsrichter. Filsrichter könnte man Oliver Glasner im Käfig sehr gut vorstellen. Und der Vertrauenslehrer. Der soll ich nicht sehen. Wenn der Oli wieder zu fest schießt. Oli kommt raus. Alfa Kevin Tonhofer hat auch geschrieben. Thormann und Stürmer sind mehr oder weniger egal. Aber die zwei in der Mitte gehören nur Wiegerl Drechsel und Anni Lasnik. Schau. Die Rieder-Streets will never forget. Hat man da auch noch angepasst. Ja. Schön. Wie viele Käfige gibt es in Ried? Frage an die Riedereinwohner, die auszuhören. Genau. Und vielleicht natürlich bitte auch noch eure Inputs in die Kommentare auf YouTube beziehungsweise auch auf Lola1.at. Und ganz zum Abschluss. Diese Episode gibt es jetzt noch eigentlich nichts zu gewinnen. Es ist schon entschieden, wer gewinnt nämlich. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Was ist das, Harald? Das Buch heißt Avi Alaba und ist perfekt um… Für Weihnachten. Für Weihnachten. Für Ostern. Um das Alphabet zu lernen. Es ist jeder Buchstabe des Alphabets anhand eines österreichischen Fußballers oder einer österreichischen Fußballerin erklärt. von den Kollegen Fabio Schaub, Peter K. Wagner und dem Kollegen Seidl verfasst dieses Buch. Wenn ihr uns gehört habt und die ANSA-Konferenz gehört habt, hört die bei dbl.dw bitte auf jeden Fall. Ein großes Shoutout an sie. Ein sehr cooler Podcast. Ein sehr cooles Buch. Kauft es euren Kindern oder Neffen, nichten, Enkeln oder euch selbst. Gibt es jetzt auch als Malbuch. Ja, habe ich auch schon gesehen. Gibt es auch als Malbuch. Finde ich sogar noch interessanter. Mein Lieber, was ist dein Lieblingsbuchstabe? Harvey Hannes. Harvey Herzog. Wer hat mir gefehlt? Irgendeiner hat mir gefehlt, aber ich weiß nicht mehr wer. Kaffee Krankel oder? Ja… Eben für Mählich. Aber ich gehört große Diskussionen. Ob Roman Mählich oder vielleicht auch Alex Manninger. Oder Christian Meierleb. Oder Christian Meierleb, ja. Oder Dennis Mim. Wurscht, aber wir haben es ja auf jeden Fall schon ausgelost, wer das Ganze gewinnt. Nämlich auf YouTube hat gewonnen der Inti 001, dann der RMI Underline 96, wunderschönen Namen. Und auf Twitter der Salzburger Buhr, der das rein SKN mäßig dann diese Aufgabe erfüllt hat mit der Challenge. Nennt uns Spieler mit A, B, C oder dem Anfangsbuchstaben D. Gratulation. Sehr schön. Gratulation und Gratulation an euch. Es war jetzt super, Burschen. Patrick und Harald. Das war die erste 2er Konferenz zu dritt. Danke. Obwohl du in den Pausen ein bisschen ungut warst, da ist es okay gewesen. Obwohl wir ein paar Mal buzzern mussten. Ja, okay. Der Buzzer, der kommt dann das nächste Mal mehr zum Einsatz. Das war es auf jeden Fall von der 2er Konferenz Episode 85. Schaut euch die 1er Konferenz an. Schaut euch alle 1er Paniere an. Und gönnt euch natürlich Liga 2 am Wochenende in diesem Sinne. Traktes in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao. Servus. Was? Bitte? Jungs und Mädel. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Du auch? Nein, ich habe groß die Frage gekommen von dir. 2er Konferenz, der Podcast zur 2. Liga bei Lowlines.